Herzlich willkommen zum Video-Tutorial Flächenheizung mit RAUCAT 11 erstellen. In diesem Video werden Ihnen zunächst die neuen Funktionen des Flächentemperierungsassistenten gezeigt. Danach werden Verlegeflächen in einen Grundriss eingezeichnet sowie der Verteiler gesetzt. Anschließend wird die Flächenheizung gezeichnet und in ein paar Zuleitungen wird Ihnen noch gezeigt, wie Sie die Heizkreise schnell und einfach an den Verteiler anbinden. Haben Sie einen Grundriss soweit bearbeitet, wechseln Sie in den Flächentemperierungsassistenten. Die Reiter Projekteinrichten mit der Projektverwaltung, Gebäude mit der Geschosstabelle oder Beschriften mit der Beschriftungsfunktion sind im Vergleich zu RAUCAT 10 gleich geblieben. Neu hinzugekommen ist der Reiter erstellen. Hier finden Sie nun die Konstruktionshöhe, in diesem Fall das Erdgeschoss, haben hier alle Zeichnenfunktionen und hier können Sie das System auswählen. Wir belassen es hier bei RAUTEM Speed mit dem RAUTEM Speedrohr 14x1,5. Sie können hier die Art der Dämmung bestimmen. Wir belassen es jetzt auch hier bei nicht gleichartige Nutzung und können hier die Angrenztemperaturen eingeben. Weiter können Sie noch einen Oberbelag wählen. Sie haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, PVC, Parkett, Fliese etc. Zudem können Sie hier das Verlegemuster auswählen, Schnecke, Meander oder Doppelmeander und können noch einen Verlegeabstand vordefinieren. Weiter unten können Sie technische Parameter wie Raumtemperatur, Vorlauftemperatur, Spreizung, maximalen Druckverlust, maximale Rohrlänge oder maximale Oberflächentemperatur eingeben. Zu Ihrer Auslegung wird Ihnen hier in diesem Fenster ein erstes Ergebnis angezeigt. So bekommen wir mit den Einstellungen, die wir getroffen haben, eine Leistung von 48,7 Watt pro Quadratmeter und eine Oberflächentemperatur von 24,7 Grad. Um die Verlegeflächen einzuzeichnen, wählen Sie unter Zeichnen den Befehl Fläche und bei Rechteckräumen wie diesem wählen Sie eine Ecke und ziehen eine Diagonale. Das Programm fragt Sie nun, ob es sich um einen Rechteckraum handelt. Dies bestätigen wir. Und so wird bei allen weiteren Rechteckräumen vorgegangen. Ist ein Raum nicht rechteckig wie der Flur, fahren Sie die Konturen des Raumes einfach ab. Die Verlegeflächen sind nun gezeichnet. Wenn Sie diese anwählen, erscheint ein gelbes Drei-Balken-Symbol in der Mitte. Klicken Sie auf dieses und Sie können Konturpunkte hinzufügen oder entfernen, Inseln hinzufügen oder entfernen und Trennfugen hinzufügen oder entfernen. Da die Verlegefläche hier über eine Treppe gezeichnet wurde, müssen Anpassungen vorgenommen werden. Dazu werden Konturpunkte hinzugefügt und zwar hier. Und an dieser Stelle mit Enter bestätigen Sie. Und Sie sehen, dass die Konturpunkte hier hinzugefügt wurden. Sie können nun die Verlegefläche anpassen. Zudem können Sie diese auch noch über die Pfeiltasten an den Seiten verschieben. Um den Verteiler zu setzen, gehen Sie auf den Befehl Verteiler. An dieser Stelle soll der Verteiler nun gesetzt werden. Mit einem Klick setzen Sie den Verteiler ab, können diesen dann ausrichten und mit einem weiteren Klick setzen Sie diesen ab. Im nächsten Schritt findet die Rohrverlegung statt. Klicken Sie dazu auf den Befehl Rohrverlegung und wählen die entsprechende Verlegefläche aus. Nun klicken Sie innerhalb der Verlegefläche einmal und fahren dann den ungefähren Weg der Zuleitungen zum Verteiler ab. Bestätigen Sie mit Enter und das Programm schlägt Ihnen vor, wie viele Heizkreise Sie in den entsprechenden Raum einzeichnen können. In diesem Fall wären ein bis vier Heizkreise möglich. Das Programm schlägt Ihnen jedoch vor, zwei Heizkreise mit je 14 Quadratmeter einzuzeichnen. Mit Enter-Taste wiederholen Sie den letzten Befehl, Verlegefläche auswählen, innerhalb der Verlegefläche einmal klicken und wieder den Weg zum Verteiler abfahren. Bei den kleineren Räumen hier unten wird jeweils ein Heizkreis vorgeschlagen. Als nächstes müssen noch die Anschlüsse versetzt werden. Diese werden in diesem Beispiel ungefähr in die Mitte der Tür versetzt. Wählen Sie dazu einen Heizkreis aus und klicken auf den grünen Pfeil rechts oder links der Anschlüsse. Nun können Sie diese versetzen. Da hier zwei Heizkreise in einem Raum eingezeichnet wurden, wird nur dieser Anschluss in Türnähe versetzt und zwar an die Seite. Wenn Sie einen Heizkreis anwählen, erscheint zudem auch hier ein Drei-Balken-Symbol in der Mitte. Gehen Sie auf dieses und so wird Ihnen die Nettofläche angezeigt und die Kreislänge. Außerdem die Länge der Anbindungsleitung. Diese ist hier noch bei 0,0 Meter, da noch keine Anbindung stattgefunden hat. Im letzten Schritt werden nun die Heizkreise an den Verteiler angebunden. Klicken Sie hierzu auf einen der Heizkreise und dann auf einen der grünen Pfeile am Anschlussvorlauf oder Anschlussrücklauf. Sie können nun den Anschluss manuell verschieben, Vor- und Rücklaufzuleitung gemeinsam verlegen oder wie in diesem Fall nur die Vorlaufeinzelzuleitung. Wir wählen jetzt Vor- und Rücklaufzuleitung aus und es erscheint eine gelbe Linie. Diese zeigt Ihnen an, an welchen Verteiler der Heizkreis im Folgenden angeschlossen wird. Dies ist besonders hilfreich, wenn mehrere Verteiler in einen Grundriss eingezeichnet wurden. Mit der Leertaste wechseln Sie dabei auch noch zwischen Vor- und Rücklaufseite. Sie können nun die Zuleitung anbinden, setzen Sie diese ab. Mit einem Rechtsklick erhalten Sie weitere Eigenschaften. So können Sie an einer Nachbarzuleitung entlang führen. Dies geht aber nur, wenn bereits ein Heizkreis angebunden wurde. Können einen Verteiler wählen, automatisch anbinden, können hier gleich den Verteileranschluss ändern, manuell anbinden, die Führung ändern oder auch den Verlegeabstand. Dieser Heizkreis soll nun auf den sechsten Anschluss und sobald Sie sich lotrecht unterhalb des Verteilers befinden, wird die gelbe Hilfslinie grün. Setzen Sie nun die Leitung ab, gehen in Richtung des Verteilers und wählen automatisch anbinden. Bei weiteren Heizkreisen wählen Sie diese wieder an, Vor- und Rücklaufzuleitung, verbinden Sie nun, wie in diesem Fall, die Zuleitung lotrecht mit der Konstruktionslinie der bereits bestehenden Zuleitung. Setzen ab, gehen in Richtung des Verteilers, Rechtsklick und wählen nun an Nachbarzuleitung entlang führen aus. Wie Sie sehen, wurde der restliche Verlauf der Zuleitung angepasst an die bereits bestehende. So gehen Sie für weitere Heizkreise vor. Sie können auch die Heizkreise über den Befehl Zuleitung anbinden. Wählen Sie dann den Heizkreis aus und Vor- und Rücklaufzuleitung werden wieder gemeinsam verlegt. Alle Heizkreise sind nun an den Verteiler angebunden. Schöpfe. Untertitelung des ZDF, 2020